servus pyrus herzlich willkommen zu einem neuen video ja heute in dem video möchte ich euch noch mal eine kleine hilfestellung geben und zwar zu dem feuerwerks angebot was es ab morgen bei norma gibt denn ab dem 27 12 hat norma noch ein bisschen mehr f1-feuerwerker angebot und zwar vor allem ein bisschen mehr sortiment im angebot dazu gab schon vor ein paar tagen von mir ein prospekt vorstellungs video da bin ich allerdings auf die artikel nicht so genau eingegangen die es dort so gibt und entsprechend werde ich euch jetzt mal meine top 5 angebote die es so gibt vorstellen und hier sind wir auch schon angekommen beim feuerwerk also auf platz fünf habe ich tatsächlich zwei sachen muss ich sagen da würde ich sagen da teilen sich so zwei sachen aber das ist geschmackssache zum einen hätte ich da tatsächlich die mini popper mit drauf die ich mir auch auf jeden fall mehrmals holen werde 20 stück für 2,49 für die streams und so ist das halt immer cool damit können natürlich viele leute jetzt nicht unbedingt was anfangen aber ich für die streams finde das eine top top sache vor allem bereits leistungstechnisch ist das eigentlich echt fast unschlagbar muss man sagen aber an sich vom feuerwerk her das was es ab montag neu gibt sage ich mal würde ich auf platz fünf die xxl packs legen denn es gibt hier einzelne sortierungen von nico für je 1,49 die packung gut wir haben knallteufel 200 stück für 1,49 das lassen wir mal außen vor aber was haben wir noch wir haben hier quasi noch die astroiden also somitriuten sind es 24 stück drin für 1,49 die wilden hummeln 12 stück für 1,49 die fireballs also crackling bälle 16 stück für 1,49 und mein absoluter favorit muss ich sagen aus den sachen ist feuerspucker 6 stück für 1,49 also feuerspucker wilde hummeln sage ich mal sind so meine persönlichen favoriten wo ich mir auch dann wohl was holen werde muss ich sagen so das wäre auf platz fünf meiner meinung nach dann machen wir mal weiter mit platz nummer vier auf platz vier würde ich tatsächlich hier das mega cool sortiment legen und nein wir gehen jetzt nicht hier aufsteigen durch da kommt vielleicht noch eine kleine änderung weil ich habe zum beispiel nicht dass das größte set auf platz eins muss ich sagen auf platz vier mega cool von nico 2,99 sechsteilig was haben wir hier enthalten wir haben hier einmal die blitzcracker mit zehn stück einmal speedy farbkreisel mit sechs stück einmal knatter blitze mit acht stück einmal power flashballs also crackling bälle mit sechs stück und die astrid power also auch noch mal meteoriten mit sechs stück und nur eine packung knallerbsen jetzt kann man natürlich sagen was sollte man könnte man ein theoretisch sogar weiter oben der rangliste einordnen denn es gibt noch ein paar knallerbsen stimmt auf jeden fall also preis leistungstechnisch schon was knallerbsen betrifft oder nicht knallerbsen betrifft auf jeden fall ganz gut ist aber natürlich eines der kleineren sortimente dies bei normal geben wird auf platz nummer zwei auf platz nummer drei affengeil für 3,99 neunteilig was haben wir hier drin einmal die feuerspucker vier stück finde ich sehr cool einmal wunderkerzen auch nicht verkehrt zweimal speedy farbkreisel mit je sechs stück dann einmal die nikobine mit fünf stück und dann aber das finde ich wiederum auch sehr cool zweimal flotte feuerringe mit je zehn stück und zweimal lustige trick knaller also zwei packungen knallerbsen mit je 50 stück ist auf jeden fall cool also ich werde mir ohnehin sage ich euch gleich alle sortimente einmal mitnehmen auf platz nummero zwei so jetzt sind wir bei zwei würde ich dann persönlich muss ich sagen aber das größte sortiment tatsächlich legen weil ich finde dass es im vergleich zu dem hierfür 4,99 also das doppelte im grunde fast dafür dass da dann nur 70 effekte mehr drin sind gut es ist glaube ich knallerbsen technisch macht keinen unterschied aber kommen wir gleich zu das größte sortiment 16 teile ich für 9,99 2 wunderkerzen mit je 40 stück zweimal die blitzcracker mit je zehn stück viermal speedy farbkreisel mit je sechs stück dann zweimal die bienen mit je fünf stück zweimal die flotten ringe mit je zehn stück einmal bodenfeuerwirbel mit vier stück und dann drei packungen knallerbsen so dass wie gesagt es ist natürlich geschmackssache ob jetzt die einen sagen das würde ich dann doch eher auf platz eins legen was das größte sortiment ist letzten endes muss es natürlich jeder sage ich mal ein stück weit für sich selbst wissen auf platz 1 hätte ich dann wiederum das wilde wikinger sortiment hier haben wir einmal wunderkerzen drin das ist finde ich nämlich eine ganz gute mischung zweimal speedy farbkreisel dreimal bienen einmal flotte feuerringe einmal bodenfeuerwirbel und dreimal die knallerbsen zwar trotzdem drei mal die knallerbsen ich finde aber halt auch die bodenfeuerwirbel richtig cool quasi diese wie hießen die pirouetten wir schauen uns erstmal kurz an hier die brab vier stück so so drehfarbwirbel finde ich echt richtig richtig cool genau also so würde ich tatsächlich das anordnen die haben wir zwar auch hier drin also okay man kann darüber streiten ob jetzt das größte sortiment auf platz eins oder das andere es kostet halt das doppelte und ich finde es ist halt aber vom vom reinen inhalt her nicht unbedingt zwingend das doppelte wert wissen was ich meine also so ist so ist meine einschätzung es gibt natürlich trotzdem auch noch ein paar andere sachen wobei das eher wieder in die richtung tischfeuerwerk geht knallbonbons wir haben hier noch so tischbomben und hier so ein party popper luftschlangen tröten sortiment angebot die riesen party kanone gibt es auch noch für 290 und das finde ich auch ganz nett es gibt so symbol wunderkerzen im vierer set mit hier eben herz sternchen zwei sterne und zwei herz wunderkerzen für 1 99 also vier so symbol wunderkerzen ist eigentlich auch nicht verkehrt finde ich ja also das ist so meine ein ranking einschätzung sage ich mal zu dem ganzen wollte ich euch einfach nur noch mal ein kleines update video darüber geben und natürlich auch noch mal für die leute die das prospekt video nicht mitbekommen haben dass ihr noch mal hier die die meldung habt und den überblick habt ab morgen wird es bei norman nochmals f1 feuerwerk geben heißt macht euch auf jeden fall morgen früh auf den weg auch ich werde es tun es ist zwar heute der christmas team wenn ihr das video hier seht aber ich werde trotzdem morgen auf jeden fall dann um 7 beim ersten norma stehen heißt ich werde natürlich auch entsprechend nur so drei vier stündchen schlaf haben aber das ist einfach das feeling auch dass man frühs vom geschäft steht das möchte ich auf jeden fall auch beibehalten und mitnehmen und natürlich muss man dazu sagen geht früh hin denn es wird heißt geheiß begehrte wahres einheit die leute sind gierig die leute lassen sich jetzt natürlich nicht nehmen sag ich mal hier sich mit feuerwerk dann einzudecken hat man ja auch schon bei dem mittwochs angebot gesehen das war eigentlich alles total schnell ausverkauft und weg man bekommt jetzt wirklich nur noch vereinzelte dinge muss man fast sagen gut dann soll es das gewesen sein mit dem kleinen ranking video hier heute schaut später auf jeden fall alle im christmas team vorbei ein acht stündiger live stream mit jede menge gästen apple explosion feierwechse balloons pyro kobold und so weiter schaut auch auf jeden fall vorbei wird eine super sause sage ich mal und ja dann hoffe ich dass euch das video gefallen hat und vor allem auch irgendwie weitergeholfen hat im ranking was ihr euch morgen zu holen solltet ich persönlich werde mir alles einmal holen und ja dann hoffe ich das wieder nicht gefallen dankeschön fürs zuschauen bis zum nächsten video ciao macht's gut püros